Hallo liebe Zuschauer auf meinem Kanal, auch in PiliPili Plattform. Dieses Video ist über ein italienisches Restaurant in der Nerv, die ich jetzt wohne. Ich habe dort sehr gut gegessen. Wer euch seht, dass die Pizza ganz gut schmeckt und auch die Nudeln mit Pizza, zwar habe ich nicht fertig gegessen, das war eine Verschwendung. Sonst ist alles gut, bis nächstes Video-Log, tschau.